Möchte man eine fertige Formel bezüglich natürlicher Zahlen beweisen, so kann man wie folgt vorgehen. Man beweist zuerst, dass die Formel stimmt für n gleich 1. Dann beweist man, wenn die Formel stimmt für eine beliebige natürliche Zahl k, dann muss sie automatisch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl k plus 1 und somit hat man dann bewiesen, dass die Formel stimmt für alle natürlichen Zahlen. Warum? Weil man ja bewiesen hat, dass die Formel stimmt für 1 und man bewiesen hat, dann muss die Formel auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 2. Also stimmt die Formel für 2, dann muss sie auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 3. Also stimmt die Formel für 3, dann muss sie auch für 4 stimmen und da sie für 4 stimmt, muss sie auch für 5 stimmen und dann für 6, für 7 und für alle darauffolgenden natürlichen Zahlen. Dieses Beweisverfahren kann man schön vergleichen mit aufgestellten Dominosteinen. Zuerst beweist man, dass der erste Stein umfällt. Dann beweist man, wenn der Stein mit beliebiger Nummer k umfällt, dann muss der nächste Stein mit Nummer k plus 1 ebenfalls umfallen und somit hat man dann bewiesen, dass alle Steine umfallen werden. Wieso? Weil der erste ja umfällt, muss der darauffolgende umfallen, also fällt der zweite Stein um. Dann muss aber der darauffolgende ebenfalls umfallen, also fällt der dritte Stein um, also auch der vierte und auch der fünfte und dann der sechste, der siebte, der achte und somit hat man also bewiesen, dass alle Dominosteine umfallen. Übertragen auf die Formel bedeutet das, dass die Formel gültig ist für alle natürlichen Zahlen. Wir werden dieses Verfahren, das man Beweis durch vollständige Induktion nennt, anwenden, um diese Formel zu beweisen. Wir beweisen diese Formel zuerst für n gleich 1. Wenn n 1 ist, dann geht das Summenindex j von 1 bis 1. Das heißt, diese Summe reduziert sich dann auf den ersten Term c1 plus 1, 2. So. Und wir sollen beweisen, dass diese Zahl genau dieselbe ist wie c1 plus 2, 3. So. Aber das hier ist c2, 2. Das heißt 1. Und das hier ist c3, 3. Das ist auch 1. Diese Gleichheit stimmt also dann und genau dann, wenn 1 dasselbe ist wie 1, was offensichtlich korrekt ist. Somit ist die Formel für n gleich 1 bewiesen. Wir nehmen jetzt an, dass die Formel für n gleich k richtig ist. Das heißt, wir haben diese Gleichheit als Induktionshypothese und werden anhand dieser Hypothese beweisen, dass die Formel auch richtig ist für n gleich k plus 1. Wir werden also beweisen, dass diese Summe für j von 1 bis k plus 1 genau dasselbe ist wie c k plus 1 plus 2, 3. Und um das zu beweisen, zerlegen wir diese Summe zuerst mal in den k ersten Termen, denn j geht dann von 1 bis k. Und den letzten Term, wenn j k plus 1 ist, addieren wir hintendran. So. Warum machen wir das? Weil wir wissen, dass diese Summe für j von 1 bis k gleich ist zu dieser Zahl. Also können wir diese Summe durch die Induktionshypothese durch diese Zahl ersetzen. Ist gemacht. Und jetzt könnte man weiterrechnen mit den Fakultäten. Aber wer die Formel von Pascal kennt, kann sie hier sofort einsetzen und sieht, dass diese Summe gleich ist zu c k plus 3, 3. Und diese 3 können wir noch umschreiben in 1 plus 2. Somit haben wir die Formel bewiesen für k plus 1, was den Beweis dieser Formel abschließt.